ich wünsche euch einen wunderschönen guten morgen und wie ihr sehen könnt werde ich heute die dritte bullet energy sorte testen es wird die berry mix sein und werde ich erstmal zum design kommen also wie bei jeder bullet dose hat diese vier hauptfarben sage ich jetzt mal einmal ist diesmal hier unten lila dann ist hier ein pink hier drüben ist ein silber und dann ist die bulletschrift gelb das sind so die hauptfarben und ja dann kommen wir hier drüben hin hier steht einfach nur gettet hier oben haben wir noch etwas stehen da steht fruity taste berry mix Himbeer Heidelbeere Geschmack also heißt es hier schon Himbeere und Heidelbeere enthalten ist und wir jetzt auch hier hinten drauf gucken können und vielleicht sehen wir hier sogar noch mehr was enthalten ist und wie man es hier sehen kann ist ja noch Holunderbeerkonzentrat drinne Karottensaftkonzentrat und ich denke mal dass diese sorte relativ lecker schmecken wird oder hoffe ich mal und dann werde ich auch die schon mal öffnen ja jetzt schon ein sehr bäriger geschmack äh geruch also so sieht das getränk jetzt aus es hat ja eine rötliche farbe und es riecht jetzt schon nach Holunder würde ich meinen leicht und Himbeere aber ich werde es mal probieren und euch meine meinung dazu sagen also ich muss sagen er schmeckt echt nicht schlecht er schmeckt ja du schmeckst auf jeden fall die Himbeere Heidelbeere und Holunder die Karott oder den Karottensaftdings da schmeckst du gar nicht aber schon die drei Geschmäcker die sind also es ist sehr geil muss ich sagen ich denke mal öfters kann man sich das schon mal kaufen wer nicht wusste Bullet ist eine Eigenmarke von Rewe wenn ihr noch Fragen habt dann einfach in die Kommentare damit bald wird dann auch schon das letzte Video zu Bullet Energy Trink kommen ich hoffe ihr seid dabei vielleicht abonniert ihr den Kanal damit ihr es nicht verpasst und dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal und tschau und dann geht's und dann geht's auf auf